If you want to really see something that said, take a look what happened. Weißt du, was die Bibel in 1. Samuel 3 sagt? Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Daran musste ich so denken, als ich über den vergangenen Sonntag nachdachte. Du hast das sicher auch mitbekommen, ja, in Pennsylvania. Der Ex-Präsident Trump dort im Wahlkampf vorne auf dem Podium in betont kämpferischer Manier. Seine jubelnden Anhänger um ihn herum, die ihn quasi permanent applaudierten. Aber niemand hatte mitbekommen, dass dort auf dem Dach ein Scharfschütze sich positioniert hatte. Ein junger 20-jähriger Mann. Wie hat er das geschafft? Ja, keine Ahnung. Mit dem Gewehr dort auf das Dach zu kommen. Und dann griff sich Trump plötzlich ans Ohr. Es war Schreien in der Menge. Plötzlich merkte man, es wird geschossen. Und man hat den Sicherheitskräften gezeigt, dort oben auf dem Dach, da ist ein Scharfschütze. Nun, während der eliminiert wurde, kümmerte man sich um Trump. Trump, ja, die Bodyguards kamen, haben ihn umringt und haben ihn dann aus der Gefahrenzone herausgebracht. Was muss in Trump und auch in den Menschen vorgegangen sein? In dem Moment, aber vielleicht auch in Verarbeitung dieser Vorgänge? Ja, viel wird jetzt diskutiert. Ja, wie kann das passieren? Ja, beim Secret Service, dass denen das nicht aufgefallen ist, dass das nicht hermetisch alles abgeriegelt wurde? Sicherheitskonzepte, die sicherlich neu überarbeitet werden. Man diskutiert auch darüber, ja, ist die Art des Wahlkampfes, wie man so feindlich miteinander umgeht, vielleicht auch ein Antreiber gewesen, um solche Dinge, um solche furchtbaren Aktionen zu befeuern. Und man stellt sich jetzt auch die Frage, spielt das Trump jetzt vielleicht in die Karten, ja, hat er jetzt eher mit diesem, ja, heroischen Auftritt, so wie er ja scheint, ja, bekommt er damit jetzt noch mehr Zuspruch? Ich möchte mal eine ganz andere Frage stellen. Die Tatsache, dass wir von jetzt auf gleich, quasi die Bibel sagt, es ist ein Schritt aus diesem Leben gerissen werden, was bedeutet das eigentlich für uns? Ist das für dich eine Ansprache? Ist das für Trump eine Ansprache? Ist das für die Menschen eine Ansprache? Weil wir wissen, es kann eigentlich jeden Moment so sein. Weißt du, Trump war sich nicht dessen bewusst, dass da ein Gewehrlauf auf ihn gerichtet ist. Und du weißt vermutlich auch nicht, dass auf dich ein Gewehrlauf gerichtet ist. Darf ich dir mal ein Vers vorlesen aus der Bibel? Aus Hiob 33, da lesen wir, dass Gott den Menschen von seinem Tun abwenden will, damit er Übermut vor dem Mann verberge, dass er seine Seele zurückhalte von der Grube und sein Leben vom Rennen ins Geschoss. Du rennst in ein Geschoss wie jetzt. Ich lebe doch ganz normal. Ja, weißt du, es gibt einen heiligen Gott. Und wir lesen in Hebräer 9, Vers 27, Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das Gericht ist genau dieses Geschoss, in das wir hineinlaufen. Und weißt du, Gott tut einiges, um uns Menschen davor abzuhalten. Weil er will nicht, dass der Mensch dort in der Hölle im Gericht landet. Und deswegen tut er immer wieder etwas. Und auch dieses Geschehen dort am Sonntag soll dazu dienen, dass wir darüber nachdenken. Wir lesen in Johannes 3, Vers 18, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist das, was Gott von uns will, dass wir an seinen Sohn glauben. Und dann wird der Gewährlauf Gottes nicht mehr auf uns gerichtet sein. Warum? Weil er seinen Sohn gerichtet hat. Gott ist heilig und muss Sünde strafen. Und immer wieder benutzt er auch solche Dinge, um uns mal zum Nachdenken zu bringen. Trump hat Glück gehabt, sagt man. Er hat den Kopf noch so eben weggedreht, ja. Nun, er selber spricht davon, dass Gott im Spiel war. Sein Arzt spricht davon, dass ein Wunder geschehen ist. Viele Amerikaner sagen, es ist die Gnade Gottes, die seine Hand über ihn gehalten hat. Tatsächlich. Wir lesen im Buch Amos, dass kein Unglück in der Stadt geschieht, ohne dass Gott das nicht bewirkt hat. Das heißt, dass Gott mit allem, was geschieht, er hat das zugelassen, dass dieser junge Mann das getan hat, will er was bewirken, auch bei dir. Dass du darüber nachdenkst, was wäre, wenn ich aus dem Leben geschieden wäre. Trump selber hat mal gesagt, ja, so mit Begriffen von Vergebung, da kann ich nicht so viel anfangen. Ich lebe nach dem Motto, doing it better. Aber wenn er so stirbt, dann wird er keine Vergebung erfahren haben. Jesus Christus ist gestorben, damit du Vergebung bekommst. Damit du mit Gott versöhnt wirst. Und vielleicht hast du auch einen Einschlag in deinem Leben gehabt. Da ist dieser Feuerwehrmann gestorben. Und daneben war ja auch jemand, ja. Und erleben wir das nicht auch manchmal? Der Kollege aus der Abteilung plötzlich von jetzt auf gleich aus dem Leben gerissen. Ein schlimmer Unfall. Ich hatte einen Arbeitskollegen, der, als die Krankheit entdeckt wurde, nur noch wenige Tage zu leben hatte. Er war in meinem Alter. Und so kommen Einschläge immer näher. Und jetzt lese ich nochmal aus Hiob 33 einen Vers und bitte dich, nimm das Geschehen von Pennsylvania auch mal für dich mit. Auch die Menschen, die dort, ja, in Todesangst waren. Vielleicht hast du auch schon mal sowas gehabt, ja. Eine Nahtoderfahrung oder wo du gemerkt hast, das hat nochmal eben gut gegangen, ja. Wie werden sie jetzt darüber nachdenken? Werden sie einfach sagen, Glück gehabt, bin im Tod nochmal von der Schippe gesprungen oder denken sie tiefer nach. Was wäre, wenn ich wirklich von der Kugel getroffen worden wäre? Gott lässt solche Einschläge in unserem Leben zu. Deswegen lese ich nochmal aus Hiob 33 Vers 29. Siehe, das alles tut Gott zwei-, dreimal mit dem Mann, mit der Frau, mit wem auch immer, um seine Seele abzuwenden von der Grube, dass sie erleuchtet werde vom Licht der Lebendigen. Das ist eine Bildersprache, ja. Wir Menschen sind, wir hatten gerade das Bild, ins Geschoss zu laufen und hier steht jetzt von der Grube. Manchmal gibt es ja solche Fallen, ja. Man läuft darüber und plötzlich ist da eine Grube. Und das ist es, ein Bild von der Hölle, wo Menschen landen, die unversöhnt mit Gott sterben. Du kannst heute Jesus Christus annehmen. Wenn du deine Schuld hinbringst, dann darfst du wissen, der Gewährlauf Gottes ist nicht mehr auf dich gerichtet. Du darfst wissen, du wirst nicht mehr in eine Grube laufen, sondern du bist dann im Licht der Lebendigen. Das darf ich dir sagen. Wenn du Jesus hast, kommst du aus dem Bereich der Fensternis in sein wunderbares Licht. Und dann darfst du wissen, egal wann der Zeitpunkt kommt, ich weiß, wo es hingeht, in die Herrlichkeit Gottes. Auch ich habe keine Garantie, ob ich morgen den Tag noch erlebe. Aber wenn du das weißt, in Amos, auch ein Buch im Alten Testament, da steht, bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen. Wir alle bereiten uns vor auf die Zukunft, der Altersvorsorge und so weiter. Wir sollten uns vorbereiten, Gott zu begegnen. Und da frage ich dich, bist du vorbereitet? Auch bei uns kann an jeder Ecke so ein Unglück geschehen. Auch dich und mich kann es jederzeit treffen. Ob ein Anschlag, ob ein Unglück, ob eine Krankheit, was auch immer. Und denke immer daran, Gott tut das zwei oder dreimal, um deine Seele abzuwenden von der Grube, damit du erleuchtet wirst vom Licht der Lebenden. Nimm doch heute Abend, oder wann auch immer du das jetzt anschaust, dieses Unglück, dieses furchtbare Geschehen dort, nein, nicht dein Unglück, diesen Anschlag zum Anlass dafür, dass du deine Knie beugst und sagst, oh Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Da neurons. Viel Cor diferen. Profis. Ita orchestra, stunnedörde. Trek. influert von Maria nour współprimierten DePP-, imposed Service. 기를,